Hallo ihr Lieben und Willkommen zu meinem Review von meinem Aquarium. Und zwar ist es das Vulva H1. Durch diese Glasplatte hier oben hat man natürlich erstmal einen spektakulären Blick auf das Ganze. Man kann von allen Seiten wirklich reinschauen und man kann es zu 100% befüllen. Also wirklich bis zum Anschlag. Dann ist in diesem Aquarium integriert gleich ein Beleuchtungssystem mit 21 LEDs und sogar wohl eine dunkle blaue Nachteinstellung, um die Nacht zu imitieren. Außerdem entstehen durch dieses Design, dass man das 100% befüllen kann, keine Kalkrände an den Scheiben oder an der Abdeckung, die man normalerweise ja drauf hat. Dann ist hinten in diesem Plastikgehäuse, was man jetzt hier hinten sehen kann, das Schwarze, ein 3 Stufen Außenfilter versteckt. Das Aquarium umfasst 23 Liter und die Maße sind in der Länge 43 cm. Sie ist 26 cm breit und hat eine Höhe von 22,4 cm. Und insgesamt hat es aber eine Höhe von 36,8 cm mit diesem Belüftungskasten dazu und dem Fuß, der unten drunter ist. Und es gibt dieses Aquarium in schwarz glänzend, in weiß glänzend und in zinnfarbend. Ja und es ist natürlich ein Nano-Aquarium, zählt zu den Nano-Aquarien. Und ja, ist halt wirklich hauptsächlich für wirbellose Tiere geeignet. Ich habe es jetzt wie gesagt gebraucht, bei eBay Kleinanzeigen gekauft und dazu habe ich hier noch ein Thermometer dazu bekommen, den kleinen Kescher, einen Scheibenreiniger, auch eine Heizung habe ich mitbekommen mit Halterung, die davor noch liegt hier. Und noch zusätzlich einen Saugnapf für andere Befestigungen. Versteckt ist in dem ganzen Ding ein Filter, wie man hier sehen kann, mit Lüftungsgitter. Hier drüber liegt jetzt noch das Kabelzeug und hier drunter ist dann auch wirklich die Lampe und der Filter hinten dran. Und zwar ist das der Aquaclear Powerfilter 20, der hinten drin versteckt ist. Er hat eine Drei-Block-Filterung, also drei Filter-Einsätze. Einmal Biomax-Keramik-Kügelchen, dann noch ein Schaumstoff-Block für die feine Filterung und Aktivkohle, halt für sauberes und klares Wasser. Und dann kann man natürlich die ganzen Filter-Einsätze und alles was man für die Filter noch braucht und so weiter zusätzlich bestellen. Man kann das Einzelnen austauschen, was natürlich sehr praktisch ist und auch wichtig. Es ist ein Hängefilter. Wenn man hier sehen kann, gibt es auch ein extra... Also es hängt im Becken und saugt das Wasser ein. Mir fehlt gerade das Wort. Aber ist ja auch egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Dann... Ja, der Filter ist Länge x Breite x Höhe. 12,5 x 10 x 15 cm groß. Also schon relativ klein. Das... Genau, Ansaugrohr. Jetzt habe ich es. Hier das Ansaugrohr ist 13,5 cm lang. Man kann zusätzlich unten, habe ich mir auch jetzt im Internet bestellt, nochmal einen Schaumstoffkranz kaufen, den man da rüber steckt, um wirklich grobe Partikel schon abzuhalten, bevor sie in den Filter gelangen. Dann... hält dieser Filter bei einer Rahmenstärke des Aquariums mit 1,8 cm. Also über 1,8 cm wird dieser Filter nicht halten. Ähm... Dann hat es eine Netzwerkspannung von 230, 240 Volt. Und eine Leistungsaufnahme von 5 Watt. Geeignet ist der Filter der Aquaclear 20 für 18 bis 76 Liter Wasservolumen. Also... Auch größere Aquarien können damit, äh... noch gefiltert werden. Ich bin kein Profi, was das alles angeht. Ich habe mir die Daten selber nur aus dem Internet gesucht. Wenn ihr noch mehr Interesse habt, was darüber zu erfahren, dann schaut doch gerne im Internet und lest euch das durch. Schaut euch noch andere Videos an von YouTubern oder allgemein. Und äh... bildet euch da weiter. Ich finde diese Art und Weise mit diesem Glasdeckel wirklich sehr schön. Und ich bin auch gespannt, ähm... wie das dann alles wird. Und freue mich auch schon darauf. Und wie gesagt, die ganze... dieses ganze technische Zeug kann man wirklich hinten drin verstecken. Hier hinten drin und auch oben. Oben ist einfach nur so ein... so ein Aufsatz. Hier, da ist alles drunter. Hinten ist der Filter. Und wie man hier sehen kann, kann man es halt dadurch wirklich bis zum Rand befüllen, ja. So. Wie gesagt, für mehr Infos schaut gerne weiter im Internet. Da werdet ihr ganz viel dazu finden. Es ist das Vulva Age 1 Aquarium mit dem AquaClear Power Filter 20. Dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.